Obama ist im Amt. Amerika ist in der Rezession. Jetzt wird Wirtschaftspolitik endlich in den USA umgesetzt. Die Stimulierungsprogramme helfen hoffentlich der amerikanischen Wirtschaft, ebenso wie unsere Stimulierungsprogramme, auch wenn sie etwas spät wirken, hoffentlich uns aus der Talsohle wieder herausführen. Ich möchte mit Ihnen im Gespräch diese Themen erörtern und ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen.